1, 2, 3 Ich bin Dominic Menzi, der Grupppräsident des BSCRA Shiyama Wil. Wir sind der älteste Kampfsportverein in der Stadt Wil, existiert seit 55 Jahren und bieten verschiedene Kampfsportarten im japanischen Kampfsportbereich an. Jiu-Jitsu heisst sanfte Kunst und ist in der Zeit der Samurai entstanden mit dem Ziel, sich ohne Waffe gegen Gegner zu verteidigen. Vor! Ja! Vor! Nein! Vor! Nein! Vor! Nein! Nein! Gut, wieder einleitern. Judo heisst der sanfte Weg und damit ist gemeint, dass man durch das Verwenden von Kraft und Bewegungen vom Gegner seinen eigenen Vorteil dort erarbeiten. und in dieser Sportart gibt es keine Schlag- und Tritttechniken. Herzücht, genau. Unsere 257 Mitglieder trainieren regelmässig bei den Trainings, die wir unter der Woche anbieten. und wir überonton! Wir danken Swisslos für ihr Engagement in den Sportvereinen. Amen.